Kessler, vielen Dank, Freunde, komm! Kriegt ihr das sicher alles alleine hin? Keine Angst, wir sind Profis, so ein Konzert ist für uns kein Ding. Naja, wir müssen doch nur das Kreative klären und für die Orga haben wir den veranstalten. Nur das Kreative? Oh, meine Jungs, ich bin so stolz auf euch. Danke, Mama. Wir versuchen alles, alles, wirklich alles, alles pünktlich zu eurem großen Aufritt wieder da zu sein. Macht euch keinen Stress. Sturm frei, das Konzert steht an. Nummer 1, Setlist, wir müssen genau klarkriegen, wann welcher Song drankommt. Nummer 2, Stateshow, wir müssen die Choreografie einstudieren. Hey! Hat Elias in Barik sich schon gemeldet? Sorry. Die Typen sind eh voll die Bitches. Total arrogant. Aber voll süß. Ja. Schwesterherz? Ein Decaf No Fat Soy Latte mit Heselmatt. Grande? Venti. Zu mich. Und ein Decaf No Fat Low Carb Coconut White Chocolate Triple Shut Latte in Venti. Mit? Drei. Nein, viereinhalb Päckchen Zucker. Danke, Seth. Bäh! Er ist genauso, wie du ihn wolltest. Trotzdem voll eklig. Wer ist denn das? Heike und Roman. Kenn ich nicht. Von deiner Schule? Mhm. Zehn Millionen Klicks. Zehn Millionen? Ja. 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 Du kannst ja auch ein Klamikkleid haben. Zehn immer. Hä? Kenn ich gar nicht diese Marke. Aber nimm doch meine, ich bin größer als du, Stiefel. Dann wirkst du wie was Besseres als er. Mädels, die kriegen sicher andauernd Porno Bilder von irgendwelchen Schlampen geschickt. Da muss man anders ran. Ah! Geh! Was soll das? Fuck. Oh, krass. Mann! Wow! Kleine Erfrischung? Irgendwie mit... Mitleid. Heiko. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Keine Sorge, das geht natürlich auf mich. Was? Bonjour. Was darf es zu trinken sein? Ich hätte gern... Darf ich mir wirklich aussuchen, was ich will? Danke. Das ist wirklich so lieb von dir. Einen kleinen Champagner. Vielleicht den Schollbach? Schollbach! Eine Wahl ganz vortreffliche! Ja! Ja! Ach, bringen Sie doch gleich die ganze Flasche. Bevor er schlecht wird. Und für dich? Cola. Ein Glas Cola. Ohne Kohle kann ich nie. Ohne Kohle kann ich nie. Nichts mehr ohne. Ich bin blank. Hab kein Geld mehr auf der Wand. Brauche Cash in meiner Hand. Ohne Kohle kann ich nie. Was soll das bitte werden? Ein Duett. Unsere weiblichen Fans werden ausrasten. Heiko, bitte. In einer Woche ist das Konzert. Wir müssen uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren. Brüderchen. Ich will dich doch nur ein bisschen entlasten. Ich meine bei deinem Lampenfieber. Es ist ja nicht so, als wärst du raus bei den Lochis. Du bist immer noch wahnsinnig wichtig für das Projekt. Wir brauchen das. Für Kamera und Schnitt. Wenn der Tag wird dunkle Nacht. Und der Himmel wird zur See. Wenn die Stunde schneller schlägt. Und keine Zeit mehr bleibt für Tee. Uah!